Hi Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind gerade auf dem Weg zum Sport. Also mal gucken, was da so passiert ist. Ich glaube, ich kann es gut erkennen, dass es anstrengend ist. Wir haben mal wieder bei HelloFresh bestellt und werden jetzt heute das hier machen. Der neilich ist Tortellini-Gratter. Freust du dich? Ich freu mich. Heute geht es nach Frankfurt und zwar werden meine Mädels und ich ein bisschen einkaufen gehen, mal gucken, was so geht und ein bisschen chillen in Frankfurt. Und Janne ist nie wieder und Jannik Schülle sehen. Was machen wir jetzt? Hier ist das Kino und sehen wahrscheinlich Jannik Schülle. Und ja, das ist nie wieder und die andere. Und also vor dem Film Jugend ohne Gott und die Sonne wirklich gerade unterzugehen. Voll pretty. Du bist auch pretty. Sie auch. Genau. Wir stehen hier gerade an und wir holen uns jetzt ein Auto. Ja klar. Okay. Okay. Zum Glück habe ich es gefällt. Hast du es? Ja. Am ich? Ja mal, were ich nicht? Okay. Okay. Ah okay. Wie steht das da drin? Ist so, ist echt so. Richtige Sucker, mach! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.